Nachdenkseiten Die kritische Website Warum sollte man einer NATO-Denkfabrik einen Eid auf Fake-News-Verzicht schwören? Von Jens Berger Das war eine skurrile Vorstellung. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz stellte Ex-NATO-Chef Rasmussen zusammen mit dem ehemaligen US-Vizepräsidenten Biden eine Initiative vor, deren Ziel der Verzicht von Fake-News, Desinformationen und anderen Manipulationen bei den Europawahlen sein soll. Darauf sollen Politiker einen selbstverpflichtenden Eid ablegen. Das ist auch deshalb skurril, weil die genannten Punkte ausgerechnet von einer Denkfabrik aus dem Dunstkreis der NATO kommen, die ihrerseits als Fake-News-Schleuder verrufen ist. Dennoch haben die Spitzenkandidaten von fast allen EU-Parteien diesen NATO-Eid ohne Not und ohne Sinn und Verstand in Windeseile unterzeichnet. Darunter auch die Deutschen Manfred Weber, CSU-EVP, Ska Keller, grüne EGP und Sven Giegold, grüne EGP. Man soll Fake-News weder fabrizieren noch in boshafter Absicht weiter verbreiten. Das gleiche gilt für Fotomontagen und Audio- und Videofälschungen. Bot-Netzwerke, die den politischen Gegner attackieren, sind ebenfalls unerwünscht. Des Weiteren sollte man seine Mitarbeiter in Sachen Cybersicherheit schulen und seine Spender transparent machen. Dies sind die fünf Punkte, aus denen der selbstverpflichtende Eid der Organisation namens Transatlantische Kommission für Wahlintegrität besteht, der auf der Münchner Sicherheitskonferenz vorgestellt wurde. Es ist vollkommen klar, dass man diese fünf Punkte ohne Zögern unterschreiben kann. Schließlich beschreiben sie nur Selbstverständlichkeiten, die ohnehin durch die entsprechenden Partei- und Wahlgesetze sehr genau geregelt sind. Die interessantere Frage ist jedoch, warum man als Politiker einen Eid auf ein belangloses Papier ablegen soll, das aus dem Dunstkreis der NATO stammt. Während die Politiker sich verpflichten sollen, transparent zu sein und etwaige Interessenkonflikte aufzudecken, halten es die Autoren des Eids offenbar nicht so streng mit der Transparenz. Initiator des Eids ist eine Organisation mit dem wohlklingenden Namen Alliance for Democracies. Wer auf deren Internetpräsenz nach einem Impressum, einer Datenschutzerklärung oder auch nur einer ladungsfähigen Anschrift sucht, sucht vergebens. Die anonym in Panama registrierte Seite der Vorkämpfer für mehr Transparenz ist selbst komplett intransparent. Das Ganze soll jedoch gemeinnützig und 2017 vom ehemaligen NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen ins Leben gerufen worden sein. Unterstützer sind nach eigenen Angaben Microsoft, Facebook, das Atlantic Council, zahlreiche mehr oder weniger dubiose Organisationen, wie beispielsweise die Stiftung des ukrainischen Oligarchen Viktor Pienkuk und last but not least Rasmussens eigene PR-Firma Rasmussen Global, die unter anderem angeheuert wurde, um die Ukraine an das transatlantische Bündnis heranzuführen. Wer nun konkret das Unterprojekt transatlantische Kommission für Wahlintegrität finanziert oder verantwortet bleibt, wie so vieles im Schattenbereich der transatlantischen Denkfabriken im Dunkeln. Vielleicht sollten die Transatlantiker mit ihren Transparenzkampagnen ja erst einmal im eigenen Haus anfangen. Was die Kommission überhaupt unter Einmischungen in Wahlen versteht, wird aus einem Gastartikel deutlich, den Rasmussen und beiden im letzten Jahr im Namen der Kommission für das Magazin Politico geschrieben haben. Demnach gäbe es jeden Grund anzunehmen, dass die 20 Wahlen, die im Westen 2019 und 2020 stattfinden, sturmreife Ziele für eine Einmischung durch Russland und andere Staaten seien. Da ginge es wohl über reine Fake News hinaus. Das neue Zauberwort heißt Hyper-Partnership und soll im außen- und sicherheitspolitischen Kontext offenbar eine Totalopposition zu transatlantischen Argumenten darstellen. Diese Totalopposition soll nach Ansicht von Rasmussen und beiden in einem umfassenden Ansatz von demokratischen Akteuren, Regierungen, den Medien, NGOs und den Wählern bekämpft werden. Als Beispiele für ausländische Manipulationen von Wahlen nennen die beiden Ex-Politiker neben der angeblichen russischen Einmischung in die US-Präsidentschaftswahlen auch angebliche Einmischungen Venezuelas beim katalonischen Unabhängigkeitsreferendum und den mexikanischen Wahlen sowie die russische Unterstützung bestimmter Parteien mit Nähe zu Moskau im italienischen und deutschen Wahlkampf. Das ist interessant, da all diese Beispiele sich nicht belegen lassen und daher selbst Fake News darstellen. Erst letzte Woche musste der US-Senat offiziell eingestehen, dass es keinerlei Beweise für eine Verbindung der Trump-Kampagne mit Russland gibt und die anderen Beispiele sind sogar noch fantasievoller. Wir haben also eine Kommission, die von zwei NATO-Haudigen angeführt wird, die Fake News verbreiten, um Angst vor angeblichen Manipulationen durch Russland zu streuen. Man tötet die Wahrheit und Integrität, um die Wahrheit und Integrität zu bewahren. Wäre es nicht so traurig, man müsste an dieser Stelle schallend lachen. Lachen muss man auch, wenn man sich anschaut, wer als einziges deutsches Mitglied in der Rasmussen-Kommission sitzt. Tanit Koch, die zum Zeitpunkt ihrer Berufung Chefredakteurin der Bild-Zeitung war. Diese Dame passt sehr gut zu den beiden transatlantischen Fake News-Schleudern und ist natürlich allererste Wahl, wenn es um den Kampf gegen Manipulationen und Falschberichte geht. Manchmal ist die Realität die beste Satire. Unter diesen Bedingungen bekommt natürlich auch der eigentlich harmlos klingende selbstverpflichtende Eid einen unangenehmen Beiklang. Denn wenn man die Fake News-Debatte so weit fasst, dass eine Opposition zu transatlantischen Argumentationen mit einigen Kunstgriffen zur Desinformation erklärt wird, wäre ein Eid, auf eben jene Desinformationen zu verzichten, unklug. Kampagnen der transatlantischen PR benutzen diesen Begriff übrigens in steter Regelmäßigkeit, um Gegenargumente zu diskreditieren, ohne sich inhaltlich mit ihnen auseinanderzusetzen. Stellt sich also noch die Frage, warum die Spitzenkandidaten der EVP Manfred Weber, SPE Franz Timmermans, AKRE Jan Zaradiel, EPG Ska Keller, Bas Eickhaut und ALDE Guy Verhofstadt über das Stöckchen Springen, das Rasmussen und beiden ihnen vorhalten und sich vollkommen ohne Not selbst knebeln, indem sie sich deren Definitionshoheit in der Frage, was Information und was Desinformation ist, unterwerfen. Erfreulich ist indes, dass sich die beiden Spitzenkandidaten der Europäischen Linkspartei, Nico Kueh und Violetta Tomic, offenbar ihre Eigenständigkeit bewahrt haben und den NATO-Eid nicht unterzeichnet haben. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.